Ja, ihr Lieben, ich hoffe und ihr habt ein schönes Fest mit eurer Familie oder gehabt. Genießt die Weihnachtstage mit euren Liebsten und von mir den Stuten, den kleinen Scheißer und Bilma und allen Beteiligten um mich herum natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Okay, let's go. Mal gucken, ob wir den Elch aufsetzen können. War das nicht sein Ernst, oder? Ich wollte gerade sagen, dafür ist der viel zu neugierig. Vorsicht, wie siehst du aus? Weißt du, war im Regen geschlafen? Ach, deine Mama hat dich vollgesuppelt. So, zup, zup, zup. So, ich muss schon ein bisschen beeilen, wir haben euch nicht fit. Lasst mal eine Mütze in Ruhe. Kollege, komm weg. Hey, jetzt kommt der überall hin. Was ist das Problem? Du kriegst gleich den Elch auf. Unabhängig ist das Problem. So. So. Du bist auch gleich angezogen. Vorsicht. Freilachen mit Fohlen. Feinermaßen. Du bist echt eine Liebe. Ich muss ja überall reinbeißen. Du kleines Agro-Pferd. Kannst du mir da hinten einmal die Leckerli-Skratt bringen? Ja. Ja. Komm. So. So. Jetzt darfst du in deine Halle. Komm, 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 komm. Kleine Tasse runterschmeißen. Also du bist heute echt unerträglich. Der ist richtig auf Krawall gebürstet. Kleines Terror-Kommando, du. Oh, deine Gamache geht auch schon auf. Okay. Kannst du mir von dem mal dieses Kleidchen geben? Ja. Okay. Ja. 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 Vielen Dank. 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 So, wollen wir jetzt Futter? Jetzt bist du wieder niedlich, ne? Kleiner Terrorist. Zoe, komm. Zoe. Zoe. So, komm mit, Schatz. Jetzt geht's. Zoe denkt sich, mach bitte die Tutsu. Mach die Tutsu. Lass den einfach draußen. Lass den einfach draußen. Komm her. Danke. So, du musst auch ein verdienen. Ja, du bist ja auch. Ja, du bist ja auch jetzt wieder ganz niedlich, ne? Du bist echt, wenn du nicht ausgelastet bist, dann bist du nicht zu ertragen. Oh. Das machst du alles mit, ne? Jetzt geht die Tutsu. Jetzt geht die noch. Jetzt geht die noch und die sind Futter. Jetzt geht die noch hinten. Jetzt geht die noch. Vielen Dank.